ja ich möchte noch mal sagen dass wir das jetzt nicht wieder wie beim letzten mal machen sondern wir können das alles in einem machen das ist mein vorschlag also ich möchte jetzt am liebsten erstmal nur die adler machen und wenn wir dann in den bereichen sind können wir noch mal alles so absuchen halten sie davon ja ich habe sie jetzt vorgehen okay dann kommen sie mal mit hier war ja paul der panzer ja denke ich mal hier dürfte ja kein gegner mehr sein wir eigentlich nicht machen wir den ersten adler und währenddessen gucken wir uns ein bisschen um das ist eigentlich ziemlich gründlich vielleicht sind wir beim ersten adler was ich bin mir noch nicht mal so sicher ob wir so gründlich waren meinen sie nicht ich weiß nicht können ich denke aber schon naja eigentlich viele sachen und viele nur zwei sachen naja eben hier waren wir ja auch hier waren ja die schützen aber cool geil dass sie gemacht ja absolut absolut auch das wasser es gibt ja viele spiele aber es gibt wenig spiele wo wenn du durchs wasser läuft dass das wasser hochspritzt dass wir gibt es nicht viele und ich hoffe ich hoffe dass es ein sniper litte sechs geht wird es geben die frage ist nur von wo wir haben italien frankreich ja wir haben afrika ja das stimmt allerdings da oben ist der erste das haben wir alles hier zum schluss gemacht wir sind von dahinten gestartet von da von da oben immer gestartet ich folgen einfach mal das ist jetzt so wieder wie soll ich sagen so wie nennt man das suche nach der nadel im heuhaufen darum ist der erste adler moment ich gucke hier mal nach ich meine eigentlich war ich war ja hier ach was hier wir haben was ich habe so waren sie aber nicht aufgepasst der tiger na so soll man den lesen ja kommen machen wir fertig kommen wir machen also den haben wir schon mal ja guck mal sammel objekt jetzt haben sie aber auch mal glück gehabt so der tiger die tiger müssen gefüttert werden geheim 21 august 1944 befehle vom oberkommando bleiben sie in höchster alarmbereitschaft und behalten sie das schloss um jeden preis unter der kontrolle wir müssen den feind unbedingt aufhalten das ist unsere pflicht im namen des vaterlands wer schwächelt wird diszipliniert treibstoff für den tiger und weitere panzerfahrzeuge wird auf bitten von chef ingenieur klaus im treibstoff lager bereitgestellt general oberst könig gut haben sie gut gemacht okay den haben wir schon mal gefunden das war jetzt rein zufällig weil ich war ich war also moment ich bin die leiter glaube ich hoch wollen sie oder soll ich weil sie ich habe eingefunden sie die anderen beiden den an sie gefunden da mache ich den weg kommen soll da habe ich ja bitte und der ala ist gelandet auf die tauchte ok number one wir gehen mal warten sie mal warten sie mal warten sie mal warten sie mal nach foto der foto noch nicht aber uns fehlt doch noch warten egal wir machen jetzt essen ich laufen einfach mal hinterher ich verlasse mich mal auf sie so hier haben wir eigentlich alles ich muss aber noch ein foto machen bevor wir abhauen wir können ja hier noch mal durch die häuser hüppeln ja hier durch die häuser ach guck mal hier war das mit dem kronleuchter können sich daran erinnern ja da kann ich mich noch dran erinnern hier haben wir ja auch alles ok weiter gehen sie mal weiter oder warten sie mal hier nicht noch was ich lass sie mal vorlaufen ja wenn ich dann da rumse dann machen wir weiter weiter jo ok ja wir waren fast überall ey ja wo wir müssen treppen warte mal ja ich geh mal die treppe rauf da waren wir doch auch oder ja eigentlich schon aber ich geh mal hier oben rauf ja ok weil ich glaub von hier kannst du auch den Adler triffst du nicht ich geh mal hier rein ja ach ach guck an komm heb du den auf da haben wir glaube ich nicht hingeguckt folgt beschrieben hier toll ok dann lass uns hier noch vorlesen ey da brauchen wir ja nicht so lange suchen heute ne komm wir lesen den vor also du lies jawohl ok du kannst lieber papa einige nette soldaten in grünen uniformen haben uns gefunden zuerst hatten wir angst aber sie haben versprochen uns an einen sicheren ort zu bringen wir werden leider nicht mehr hier sein wenn du zurückkommst die soldaten haben gesagt dass sie uns bald helfen werden dich zu finden imana also wir haben alle dokumente soweit gefunden jo cool so dann machen sie jetzt die letzten beiden aber ich möchte leider noch ein schönes foto machen ach ja das muss das muss doch sein boah was bin ich erleichtert ja da können sie wohl einen drauf lassen weil ich hab jetzt auch gedacht wenn hat jetzt ewig dauert ja genau aber hier waren wir ja weil gut da war auf der straße war einer ne da haben wir nicht so ja wir haben uns ja hier oben irgendwo versteckt und was weiß ich nicht alles aber hier waren wir zum beispiel oben drin das weiß ich noch ja da haben wir extra noch gesucht ja ich weiß auch nicht aber wir haben es gefunden ich bin froh dass wir die dokumente gefunden haben just just ja nein just so 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 wenn sie gleich eine schöne loka- wenn sie gleich ne schöne location finden hier kommen wir den adler oh Ja, sie dürfen Wow Ah, dann nochmal 2 So, und jetzt schnappen wir uns den letzten Wir machen noch ein schönes Foto irgendwo Ja, das halten sie hier von dem Herrenhaus Hier so Bleiben sie mal so stehen Kommen sie mal her Kommen sie mal hier rüber Dann mach ich jetzt mal schön ein Foto Ich muss jetzt irgendwie wieder zurück Ja, sie stehen Total bescheuert Bleiben sie stehen jetzt einfach Die haben immer so ein Talent, dass sie immer so Bleiben sie noch stehen Die Alte macht mich kassel So, oder so Ist mir egal Eigentlich brauch ich dich auch gar nicht auf dem Foto eigentlich Kann er doch alleine Ja, ich brauch dich doch gar nicht auf dem Foto Eigentlich kann ich dann auch alleine Ja, dann stehst du vor mir, du doofe Kuh Hau ab So, oder so Ja, nicht, dass sie dann in den Ausgang gehen, ne Hä? Sie wissen schon Ja, da ist ja der Ausgang der Motion Ja, aber du musst ja erstmal den Adler abknallen Ja Ich geh hier wieder hoch Wo wir vorhin auch langgelaufen sind Kommen sie her Ne, den kriegen wir nicht Jawohl Also ich muss ganz ehrlich sagen Wir haben die, äh Ach, die haben die Map so toll Designed Das sieht so geil aus Ja Also Warte mal Was denn? Er hat gesagt, hier gab es noch einen Weg hinein Hätte ich den nochmal eher gefunden Ach, hier, yo Yo, wahrhaftig Ja, komm rein da Ach, da, ach, guck mal Dann seht ihr was Neues, Leute Ja, los, hoch Warst du hier nicht? Ne, hier war ich nicht Guck mal, wo du da rauskommst Ah, okay Interesting Hier in der Ecke Guck mal einer an, wo wir rausgekommen sind Naja, da habt ihr was Neues gesehen Ja So Sie können Ach, guck mal Komm, machen sie Ey, ich darf? Ja klar Komm, machen wir Wir gucken uns das an Jawohl Da ist er So, jetzt gucken wir nochmal Sammelobjekte, Leute Jawohl 13 von 13 13 von 13 Da sind die drei Adler Wie ihr sehen könnt Wir gucken nochmal im Wehrpass Einmal Zweimal Dreimal Alle Adler sind da Alles gefunden Alles gefunden So Dann müssen wir jetzt nach oben Und verpissen uns jetzt hier Richtig? Das ist, glaube ich, korrekt Wir müssen nach oben Genau Und dann beenden wir die ganze Geschichte Correct Oh, warten Sie mal Einmal nochmal schnüffeln Haben Sie den jetzt angestreichelt? Jetzt können Sie auch nochmal streicheln Haben Sie den angeschnüffelt jetzt? Nein, ich habe den nur gestreichelt Kommen Sie hier Kommen Sie auch rein Kommen Sie her Kommen Sie her Ja, ja, ja Hier Da geht's auch rein Da geht's rein? Hier jemand, der rein schreist Oh, wenn Sie Flaschen sohn? Fauen Sie Flaschen? Oh, Flaschen, ja, Flaschen Ne, Flasche voll Äh, ich nehme die noch So, jetzt gehen wir hier hoch Moment Genau, hier hoch Ich bin doch ganz froh, dass das hier zurückgeht Ja, ich auch Also, ich bin auch ganz happy Hier ist noch eine Brechstange Ja, ich brauche keine Kotzstange Tut mir leid Kann ich hier so hoch? Ne, kann ich leider nicht Ne, wir müssen, glaube ich, hier irgendwie raus Ja, hier und dann hier hoch Mhm Folgen Sie mich Hätte ja auch sein können, dass wir das Letzte nach ganz oben Ja, müssen wir ja auch Ja, nein, dass wir das Letzte nach ganz oben Ja, nein Ach, Herr Stöckel, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ja, da oben hoch Genau, in den Turm Ach so Hä? Und hier gehst du mal hoch Das Gebiet verlassen Ja, ja Wir müssen nach oben, glaube ich, irgendwo Moment Irgendwie sind wir jetzt ein bisschen desorientiert Ah, hier Ich jetzt Da können wir hoch Warte mal Machen Sie mal langsam Nicht so schnell Oben ist aber auch noch was Warten wir da schon? Müsst ja irgendwie nach oben kommen Ja, hier ist eine Leitle Ja, dann gehen wir jetzt noch nach oben Ich hätte hier unten eine Granate Kommen Sie mal her Ja? Ich hätte hier noch eine Granate reinschmeißen können Dann wären wir da auch hochgegangen Ach so, so machen Sie das Hier so runter Verstehen Sie? Ah Gut Mal hier Ach, hier oben lag auch was, ne? Da war der Adler Ach, da war der Adler Ah, der hätten wir auch von Ja, der hätten wir den Hätten ihn auch von hier weg machen können Ja Na gut Mal wieder zum Ende das Video etwas kürzer Ja, ja Mussten ja nicht dann halt so schnell gehen Mission over here It's time to leave, I think Guten Tag Guten Tag Leute, guckt euch das hier an Ja Ist ja unfassbar Kann ich hier nochmal kicken Und hier müssen wir noch runter? Oder wie? Äh, ich verstehe das jetzt irgendwie nicht Wir sollen das Gebiet verlassen Yes Und wo soll das sein? Noch ober Oh, noch über uns? Oder was? Sechs Meter, sagt er Fünf, vier, drei, zwei Ach hier Ja Ja, ja Warten Sie mal, warten Sie mal Kommen Sie mal, bevor wir das machen Liebe Level Designer Ähm Warum sagen Sie das jetzt? Wir haben doch noch zwei Levels Ich ziehe den Hut Ja Wenn ich einen auf hätte, würde ich den nochmal ziehen Chapeau, Chapeau Das war sowas von geil Ja Ähm Also ich weiß noch, diese Geheimdingsbums, die wir damals hatten Wissen Sie noch? Yes Diese Burg da, diese geheime, äh, diese Geheimdingsbums Die war ja schon Hammer Aber das ist Yes Dann hat es nochmal übertroffen, muss ich sagen Ja Egal Wir verlassen das Gebiet Ja Es ist eine große Erfahrung Ja Das Spiel mit Ihrem Design Es ist so wunderbar So Ich kann mir das Gebiet verlassen Okay Okay, ich zähl runter Drei, zwei, eins Drei, zwei, eins Drei, zwei, eins Drei, zwei, eins Drei, eins Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017